Fast nix, aber irgendwo müsste dann ein Spawner in der Dunkelheit sein. Achso, und ich kann mich jetzt besser auf der Minimap erkennen. Ich weiß nicht, ob das vorher auch schon so gut zu erkennen war. Wahrscheinlich habe ich es damals nie gesehen, weil es immer alles knallerrot war. Das könnte sein. Also hier ist irgendwo die Base. Da ist die Base. Okay, ich schieße mal auf die Base. Ich sehe keine Königin. Ach, Königin. Oh, Königin. Ja, 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 ja. Okay, versuchen Königin im Wald abzuhängen. Muss ein sehr unangenehmes Gefühl sein, wie die Königin der da im Heer ist. So, dann da oben durch die Lücke durch. Königin. Und die kann darüber angreifen, das ist okay. Das war laut. Ja, sie konnte definitiv über die erste Mauer rüber angreifen. Das heißt, die erste Mauer ist vollkommen sinnlos eigentlich. Das heißt, eigentlich sollte die zweite Mauer nicht hier bei uns, sondern noch ein Feld weiter. Nämlich hier. Und die Mauer um einen nach vorne ziehen. Da hin. Aber komm. Darüber kann ich mir später Gedanken machen. So. Wenn das die Roboter für mich machen. Gab es da eigentlich irgendwas aufzuheben? Nein. Okay, jetzt zurück zum Spawner. Spawner-Killen. Ein Alien-Artefakt bekommen. Das ist so mies. Um dann später... Wie viel brauchen wir für die Power-Rüstung? Zehn. Okay, wenigstens sind die Preise einigermaßen angepasst. Das heißt, ich könnte jetzt so... Fünf bis zehn Basen zerstören. Und dann passt das alles. Wobei ich denke, die Variante des Züchtens wäre besser. Das heißt, wir suchen uns eine Basis, wo schon diese Spawner sind. Ich weiß nicht, warum ich jetzt Vollzacke... Wir suchen uns eine Basis, wo ein Spawner ist. Er töten den Spawner. Dann ist da ein Artefakt drin. Den gehen wir weg. Und warten, bis das Nest hier einen neuen Spawner baut. Und dann kommen wir wieder her, töten wir das Nest. Äh, den Spawner. Und kriegen dann von Spawner wieder, ne? Einen Art Fakt. Achso, Enemy-DNA 136. 139. Und ein Art Fakt. Noch irgendwas zum Aufsammeln? Nö. Gut, aber wir haben jetzt schon vier davon. Schön. Das Ding da unten ist auf derselben Höhe. Also pulle ich jetzt die mal auch. Und die Basen gehen runter. Aber ich denke mal, die werden auch schnell wieder hochgehen. Da ist eine Königin. Was haben wir da? Ein Extraktor. Was ist ein Extraktor? Und ich denke, ich werde in dem Wald hier hängen bleiben. Schieß mal den Extraktor kaputt. Kein Schaden. Okay, näher ran. Elyrium-Ohr. Oh. Wie jetzt? Die Viecher bauen das Erz ab. Das heißt, wir zerstören den Extraktor, um da selber eine Mine raufzulegen? Oder kriegen wir das Erz, was die bisher abgebaut haben, wenn wir den Extraktor vernichten? Fragen über Fragen. Allerdings erstmal... Laufen. Die kleine Welle an Viechern, die hinterherkommt. Ein Scourge. Das sind keine Zirklings. Oh, ich bin hier falsch. Da oben hin. Geh mal da rein. Da kommen sie vielleicht nicht schnell genug hinterher. Gott. Splush. Sogar richtig animiert bei der Todesanimation. Also, es gibt eine Todesanimation bei der Königin. Das wollte ich sagen. Und das ist schick. So, zurück. Gucken, was passiert, wenn man mit einem Flammenwerfer so ein Extrakt wird. Was bist du? Du bist ein Sunken. Du bist... Du! Ich wollte gerade sagen. Die Dinger erinnern mich an irgendwas. Es war schmerzhaft. Ich habe terranische Soldaten sterben sehen. Gib... Und hier kein Snipermonie mehr. Kann ich von hier aus auf dich schießen, ohne dass du mich... Kann ich das vielleicht gegenheilen? Ja, also Schaden ist vernachlässigbar. Kommt ihr auf einmal her? Aus Eiern, ich weiß. Okay. Oh. Hunger? Ne, Sauerstoff. Schlechtes Timing. Sehr schlechtes Timing. Und ist das Nest hier irgendwie... Oh. Du musst zuerst weg. Splatter. So, das Ei. Autosave. Okay. Ja, ich muss gleich nach Hause. Ich weiß. Was ist... Was ist... Warum... Warum braucht das so? Verdammt. Enemy Structure cannot be mined. Hm. Dinge werden zerstört, aber ich glaube, die Türme schießen. Komm, 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 komm. Ich krieg Schaden. Achso. Durch Feuer? Ja. Nicht zu nah an den Flammen stehen, Kinder. Bei jedem Ausdreuer. Jung, nein, ich... Gib mir den Gatling an. Regen... Boah. Tausender Schritte regenerierst du. Okay. Hat nicht sollen sein. Geh zurück. Türme schießen. Vier Türme schießen. Meiner wird angegriffen. Okay. Gates brauchen immer noch ewig. Irgendwas wird bei der Geldproduktion nicht... Bei der grünen oder roten Trankproduktion nicht stimmen und wir haben eine neue Basis bekommen. Nächste interessante Frage. Wie schnell... Oh. Ja, 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 ja. Du bist hinter mir. Nächste interessante Frage. Wie schnell wachsen die Basen? Weil wenn ich jetzt eine Basis zerstöre, wie lange dauert es, bis sie wieder zu einem Zustand kommt, wo sie mir gefährlich werden kann? Und hey, wenn ich Knappheit habe, ist das Bild wesentlich heller, als im Notfall, wenn ihr mal keine Lampe habt. Einfach einen Tag lang nicht atmen. So, du... Gib mir alles her. Also, was wollte ich jetzt? Ich wollte ganz viel Flammenwerfer-Munition holen. Ich wollte Türme aufbauen. Ich wollte Radartütteln aufbauen. Ich wollte... Möglichst schnell die Basis oben links da vernichten. Das sieht wie ein guter Anfang aus. Ich schmeiße hier mal eine Kiste hinten. Die ich nicht habe. So. Kiste. Ärmchen ohne Strom. Und alles an Eisen, was ich habe. Lü, 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 Eisen. So. Und Sniper-Munition, um Königin anzulocken und ähnliches Gedöns. Gib mir einfach alles, was du kannst. Wieder zu viel Holz und anderen Kram-Inventars. Will ich aber jetzt nicht aussortieren. Du da. Gib ihm. Okay, das sollte für die eine Basis reichen. Das heißt, ich gehe jetzt los mit der Gatling-Gun, mit dem Flammenwerfer und noch ein bisschen Munition für das Sniper-Gewehr. Bisschen ist gut. Nimm irgendeine Kiste, tu sie hier und schmeiß Zeug rein, was du nicht brauchst. Weg, weg. Weg, 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 weg. Weg, weg. Weg. Sniper-Munition. Okay. Um die Türme zu bestücken. Ich habe jetzt nicht vor, 30 Stacks Sniper-Munition selber zu verbrauchen. Das wäre dann doch ein wenig viel. Ich hatte angefangen, also die Kill-Aktion hatte ich angefangen, da hatten wir 16 Enemy-Bases, oder? Oh Mist, da. Deswegen geht die Forschung nicht weiter, weil die hier kein Brennmaterial hatten, deswegen kam kein Kupfer. Durch den Kupfer kam kein grüner Trank oder roter Trank, weiß ich jetzt gar nicht. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, repariere den. Gehe nach oben und idealerweise ist jetzt irgendein Gebäude oben gespawnt, das wieder ein Ding ins Boom und es droppt. Ne, ein Atefakt. Naja, und was ich mit den Erzdingern da machen soll, habe ich keine Ahnung. Neue Königin. Das ging flott. Okay. Die bringt mir leider gar nichts. Die Königin. Also, sie gibt 3 oder so DNA, aber ich habe jetzt gerade 200. Was mich darauf bringt, ich sollte rote Tränke mal selber herstellen und dann bei Zeiten in das Raumschiff schmeißen, damit wir die Enemy Origins-Dinger da weiterbauen können. Ja, dacca, 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 dacca. Sehr gut. Das kommt mir echt vor wie so ein Bohrkram, das ist cool. Mal gucken, was für Tricks man sich alles später noch einfallen lassen muss. Ah, nein, das war... Ist okay, mach. Kannst du mit der Gatling Gun auf die Mine ballern und gucken, was da rauskommt. Vielleicht droppen die auch... Ist das ein Gegenstand, den man aufheben kann? Habe ich irgendwas aufgehoben mit F drücken? F, 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 F? Nein, okay. 15.000, komm, Gatling Gun. Regeneriert nicht in tausender Schritten, das ist schon mal gut. Aber ich denke, ich werde nicht genug Munition haben. Flammenweffer, Nö. Hm. Doch, lass dich mal durchlaufen. Und beachte die Hülsenarmee, die sich da rechts von uns kopiert. Und in die Stellung geht. Drittel ist schon da. Eventuell hätte ich vorher den Spawner mit einem Flammenwerfer niedermachen sollen. Sonst kommt der nächste Königin und One-Hit-A-Dons. Ich scroll mal ein bisschen. Was? Das hätte ich jetzt als mehr gedacht, dass da wäre. Kein Schaden, okay. Ja, habe ich unterschätzt. Oh gut. Flammenwerfer auf Nest. Nest wegbrennen. E-Nacht-Effekt einsammeln. Nicht sich selbst verbrennen wegen Lagerfeuer. Zurückgehen zum Fließband. Das Fließband leermachen. Mit dem Inhalt des Fließbandes zurückkommen. Und dann nochmal auf den Extraktor raufhalten. In der Hoffnung, dass er sich noch nicht so weit regeneriert hat, dass es schmerzhaft ist. Wobei er immer noch im gelben Bereich ist. Also scheint es okay zu sein. So, Splatter. Gib mir das da. Sechs Stück. Gut. Ah, ja, ist okay. Lauf, lauf schneller. Wir müssen eine Autobahn bauen. Das geht Basen. Das Konkret klingt mit jeder Folge verlockener. Das zu erforschen. Auch wenn das irgendwie 250 jeweils waren. Lass mich durch. Gib mir alles an Munition. Wie ist das jetzt? Gar nichts ist das jetzt. Gib mir alles an Munition. Ein dezentes Sicherheitsrisiko. Ich weiß. Aber das sollte jetzt reichen. Verdammt nochmal. So, das ist übrigens auch ein Sicherheitsrisiko. Also ein Loch in der äußeren Wand lasse ich drin, damit ich hier in meinem Burggraben hin und her laufen kann. Und die Gegner kommen nicht schnell wieder her, weil es meistens zu viele sind, dass sie sich durchdrehen könnten. Hier wird das regeneriert. Noch bei weitem nicht alles. Sehr schön. Also diese Dinger kann ich mit der Zeit knacken. Kann ich immer wieder hinkommen. Ich gehe mal ein bisschen die Linie heran, wegen Gatling Gun und so. Zielsicherheit. Okay. Hälfte haben wir. Meine Hoffnung ist, da kommt jetzt dieses Illyrium raus. Das wir für diverse Rezepte brauchen. Die Animation ist dahinter. So ist besser, oder? Ich halte mal da hin. Ne, macht keinen Unterschied. Ähm. Ich kann es nicht abbauen. Ich kann es nicht aufheben. Bau. Ich will jetzt hier kein Ding hinzahmen. Mining Time 200. Amount 130. Haldiness 1. Okay, Bauern ist Stahlpicke. Vielleicht hängt das hier daran. Nein. Ähm. Okay. Ich muss irgendetwas anderes machen. Oder erforschen. Das heißt, die Base wird erstmal ignoriert. Okay. Zurück zur eigentlichen Basis. Kleine Bestandsaufnahme. Und in der nächsten Folge überlege ich mir dann, ob wir weitermachen mit dem Basenzerstörn, bis wir mindestens 10 haben. Oder ob ich mich weiter dran setze ans Automatisieren und allgemein in die Zukunft planen, was denn noch so ansteht. Zum Beispiel hellblau trinke. Und noch mehr Ölgeschichten. Und natürlich auch hier weiter die Planierungsaktion. Wobei ich das ein wenig sinnvoller platzieren sollte. Also das da oben ist einigermaßen sinnvoll, weil ich ja recht häufig da lang flitze. Und hier vielleicht. Aber nicht da. Das bringt fast gar nichts. Ja, guti. Also dann bis gleich. Also dann bis gleich.